Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüben von der Firma Stüben Kf hier in Norderstedt und wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Thema Fahrzeug-Sicherheit. Und in meinem heutigen Video möchte ich euch eine Neuheit der Firma Empire vorstellen. Die beschäftigen sich auch schon ziemlich lange mit Fahrzeug-Sicherheit und das Thema OBD-Sicherheit, ein riesengroßes Thema. Denn die Diebe, die haben es so unheimlich leicht. Mit solchen oder ähnlichen Werkzeugen, die sie sich im Internet bestellen können, können die sich innerhalb von Sekunden einen Fahrzeug-Schlüssel auf einem Fahrzeug anlernen. Und was das für euer Fahrzeug und die Sicherheit bedeutet, ist vollkommen klar. Eine werkseitige Alarmanlage und Wegfahrsperre interessiert sich nur für eins, kommt ein autorisierter Besitzer und mit einem Schlüssel ist der immer autorisiert. Deshalb, der weltweite Standard der Onboard-Diagnose, der ursprünglich mal gemacht worden ist für Abgasuntersuchungen in Amerika, der auch für die Pan-Dienste und Werkstätten natürlich unumgänglich ist, den nutzen leider auch die Diebe mit sehr, sehr intelligenten Werkzeugen. Die Firma Empire hat im Programm schon OBD-Verlängerungskabel, haben wir jahrelang sehr erfolgreich verbaut, unheimlich gut. Mittlerweile gibt es die auch nochmal ein bisschen aufgewertet mit Adapterkabeln, auch sehr gut. Aber auch hier könnte der Diebe, wenn er es findet und auch das Adapterkabel haben sollte, den Schlüssel anlernen. Das ist ein bisschen anders bei der Firewall. Bei der Firewall ist es so, mit diesem Adapterkabel, wenn ihr das verbaut habt, kann man auf dem Fahrzeug keine Schlüssel mehr anlernen. Und das ist natürlich ein riesen Benefit in der heutigen Zeit, wo die Diebe alle mit solchen Klonwerkzeugen ankommen. Wenn euch eure Fahrzeugssicherheit ein bisschen was wert ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall so ein Teil ins Fahrzeug einbauen. Denn ihr könnt das Auto weiterhin warten. Der Diebe glaubt, er hat das normale Kabel gefunden, kommt mit seinem Klonierwerkzeug einfach nicht weiter. Also Firewall von Empire, neuer Artikel. Da wird es in meinen nächsten Videos ein paar Neuheiten mehr geben. Ich wollte Ihnen jetzt einfach mal vorstellen, den Artikel. Ist eine wirklich sinnvolle Ergänzung, wenn ihr ein wertvolles Fahrzeug habt, das ihr behalten möchtet. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dürft ihr mich gerne anrufen auf der 0172 4090295. Oder schickt mir eine Mail auf die Info at kallstüven.com. Oder besucht uns einfach mal in Hamburg, Norderstedt. Wir sichern täglich mehrfach Fahrzeuge ab und bauen die neuesten Techniken ein, um diese Fahrzeuge hundertprozentig sicher zu machen. Lasst euch vorher einen Termin geben, bei uns ist immer viel los. Aber ich freue mich trotzdem auf euren Besuch. Vielen Dank, euer Kai Stüven.